Der Tempolimit-Assistent wird über das Multifunktions-Display ein- bzw. ausgeschaltet. Das System erkennt Temposchilder blitzschnell und erinnert den Fahrer visuell an das aktuelle Geschwindigkeitslimit. Sollte die zulässige Geschwindigkeit überschritten sein, so erscheinen entsprechende Warnhinweise. Liegt die gespeicherte Geschwindigkeit des aktiven Geschwindigkeitsreglers über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, so empfiehlt der Tempolimit-Assistent eine Anpassung der Einstellung.